Yes, when midnight comes, the blues is on my pillow. Yes, when midnight comes, the blues is on my pillow. Am Schlagzeug wie immer aus Bad Bentheim, Frank Bösleisch. Am Bass auch wie immer aus Versmold, Jens-Hörig Handrecker. Wir haben uns ein wenig rheinischen Frohsinn mitgebracht aus Aachen, Tine von Högeln. Und ein wenig lippischen Frohsinn aus Detmold, Dieter Kropp. Zu meiner Rechte aus Münster, Gregor Hilden. Mein Name ist Ritchie Arndt, ich freue mich, dass ihr da seid. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik